Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück in New Eden und zu Bioshock Infinite mit eurem Ryu. Wir sind gerade im Garten Eden, haha, ja tatsächlich ist das so, wir sind glaube ich gerade im Garten von Eden und das war eine bombenmäßige Feststellung, nur weil eine Stadt fliegt, heißt es nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Na ja, mal gucken. Schauen wir doch mal, was uns hinter dieser Tür erwartet. Ach, guck mal, da sind diese Rails. Das ist mir jetzt gerade wieder ein bisschen zu laut. Mensch, das ist irgendwie, stelle ich hier hin und her und hin und her. Muss ich doch nochmal ein bisschen niedriger stellen. So, es tut mir leid, hat sich gerade irgendwie umgestellt. Vielleicht habe ich gerade auch einfach zu blöd an den Rädern rumgedreht. Wahnsinn. Ey, diese Soundkulisse ist auch genial. So, wir haben hier ein paar Chips, Monade, Mülltonne. Sind wir eigentlich auch entsprechend gekleidet? Guten Morgen. Root Beer, oh, ich bin Root Beer. Ich klaue dem einfach mal hier sein, sein Zeug, was der hier hat. Oh, Wahnsinn. Also irgendwie, als ich es gerade eben gespielt habe, war das nicht so laut. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist nur eine Tageszeitung für mich. Okay. Fuck, sieht das einfach mal cool aus. Ich will da rein. Ich will zu Hudson Cloaks. Ich glaube, wir brauchen die Klamotten. Wir brauchen gute Klamotten, damit wir hier nicht so auffallen. Wir sind ja nicht von hier. Engagieren Sie niemals an Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere. Launisch kunsthaft zu verlassen. Gibt es denn hier? Kino-Skub. Aha. Der Wert des Propheten präsentiert. Vater Kromstocks, Gader der Prophetie. Ermettern des düsteren Storms. Oh, ein Stummfilm. Bum, bum, bum. Sieht der große Prophet Harnson scheinbar aus. Und das... Und seht, das wird nicht... Ja gut, äh... Nee, ähm... Das müssen wir uns jetzt mal nicht geben. So Propaganda-Zeug. Damit möchte ich gar nichts zu tun haben. Schnell wieder raus hier. Gottes Willen. So, was haben wir denn hier? Daily Docking Schedule. Wie geil ist das denn? Da hat so ein... Hat Hudson hier extra so ein Docking Schedule, wo man da rein kann und wann nicht. Ich frag mich, ob es hier wirklich tatsächlich so eine... Boah, leck. So eine Zeit gibt, an die sich das dann auch wirklich hält. Oh, Käse. So, das Boot nehmen wir auch noch mit. Boah, diese Lichtstrahlen. Ja, wo müssen wir eigentlich hin? Okay. Ich finde die Columbia Statue. Statue, 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 Start. What the? Was für ein Pferd. Das macht mir ein bisschen... Was ist denn da für ein Kristall drin? Das sieht ja interessant aus. Ist hier irgendwo eine Parade? Das klingt gerade so. Oh. A Vision of Great City. Oh, eine Parade. The Prophet Cromstug leads his people out of the Sodom below. A miracle child is born. The future of the city is secured. Ja, super. Okay, wir müssen warten, bis die Parade vorüber zieht. A miracle child is born. The future of the city is secured. Das bedeutet, ein Führer wieder, ne? Ja, ja. Wie schaust du aus? Verlosung? Oh, ich will mitmachen. Ich will auch an einer Versuchung von Verlosung teilnehmen. Bitte, unbedingt, unbedingt. Ja, Marken Verlosung. Das ist wahrscheinlich ein großer, riesiger Jahrmarkt hier. Die Fässer, die man durchsuchen kann, die sehen auch immer gleich aus. Bisher. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Ah, was? Bei was? Bei was? Bei was? Ich möchte mitreden. Äh, wo müssen wir lang? Ach, da um die Ecke. Was haben wir denn hier? Erstmal gucke ich mir das an. Thompson. Thompson. Okay. Habe ich mir mal rausgenommen, ne? Dann war auch was. Gibt es hier eigentlich sowas wie Diebstahl? Das, äh, weiß ich noch nicht. Nicht, dass ich mich hier voll bediene und gleich kriege ich voll auf die Fresse. Weil ich mich gar nicht bedienen darf. Und die finden das dann alle vielleicht gar nicht so cool. Was haben wir hier? Das macht schon Spaß, sich einfach mal die Landschaft hier so anzugucken. Ja, ich weiß nicht. Ich rushe jetzt da natürlich nicht so durch, aber ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Wo kommt denn jetzt die Musik schon wieder her? Ach, was war das denn? What the fuck? So, ähm, wir sollten hier lang. Was macht ihr denn da? Oh, Mann, ey. So. In den Fässern ist hier gar nichts mehr drin. Kaffee trinken. Was bringt uns denn Salz? Plus Salz. Ach, plus Salt. Ah, ich lese das die ganze Zeit auf Englisch, denke aber die ganze Zeit... Oh, da stand da wirklich plus Salz. Wenn da Salz stand, dann bin ich ja... Dann, dann... Hier steht plus Gesundheit. Salt ist nämlich, glaube ich, die, ähm... Die neue... Magie, sag ich mal. So was wie die, ähm... Wie hießen sie denn? Wie hießen sie denn bei... Plasmide. Wie die Plasmide bei Bioshoff. Was hat sie gesagt? Telegramm für Sie! Hm. Telegramm für Sie, Sir! Wieso? Woodstop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 77 ziehen, Stop. Tess. Nummer 77? Gehe nach Monument Island und finde das Mädchen. Da geht's lang. Da müssen wir nach Monument Island. Ich möchte mir aber ganz gerne mal die Statue angucken, wenn wir schon mal hier zu Besuch sind. So, mit einem Silver Eagle. Gucken wir uns das doch mal an. Sieht ja schon schick aus. Fliegt die auch? Ja, die muss ja fliegen. Blöde Frage. Komplette Stadt fliegt ja. Aber ob die wohl so ein eigenes Pott hat und ab und zu mal wo andockt und... Ups, da wollte ich gar nicht hin. Da oben ist man. Ach, M. Mit M kann man auch die Karte aufmachen. Wenn man die Angst einfach hochheben kann, würdet ihr das glauben? Nun, Freunde. Ich sage euch. Das sind keine Hirngeschpinste. Das sind keine armen Märchen. Nein, Herrschaft. Alive with Vigor. Produziert von Mr. Jeremiah Finkel. Ach, ich glaube, dieses Vigor-Zeug, da sind halt echt diese... ...gegenwärtigen Plasmide. Ja, das ist, glaube ich, dieses... ...neu-Design. Was ist das? Cast out the devil? How to play? Hit the devil three times. Protect the woman and child. Okay. Rechte Maustaste, um eine Kraft zu benutzen. Senden ist einer. Falsche Person? Ich bin noch getroffen. Da ist er. Aha. Erwischt. Jetzt eine noch. Die ist hier gleich vorne. Das ist ja cool. Tolle Plasmid. Tolle Plasmid. Wahnsinn. Yeah. Ja, wir sind cool. Wir sind einfach gut. Kann man hier jetzt überall irgendwas spielen oder? Tatsächlich, hier können wir auch spielen. Luftschrotfinde benutzen. Fünf Punkte, zehn Punkte, 20 Punkte. Okay. Also wir sollen... Was sollen wir denn abschießen? Die Dinger. Volltrava. Volltrava. Bäm. Na, noch mehr? Da kommt was. Bäm. 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 So muss das laufen. Meine Freunde. Äh. Wie war... Die wir einfach mal die ganze... Die ganze Ding da wegfetzen. Na, komm schon. Jawohl. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Zweiter Platz nur. Uns fehlen zwei Punkte. Naja, egal. Ein paar Punkte haben wir bekommen. Ein bisschen Geld. Was hier? Hau den, Lukas. Kann ich das auch spielen? Geil. Wir können hier voll auf dem Jahrmarkt abgehen. Wie cool ist das denn? Wir sind stark. Kriege ich was? Nö. War nur eine blöde Interaktion, wenn ich. Okay. Gucken wir doch mal, wo wir es weiter müssen. Hier, dank. Hotbox. Was ist das? Ach, wieder ein Boxophon. Was ist ein Boxophon? Das wissen wir doch mittlerweile. Ach, record your own. Okay. Zahlen tue ich dafür nichts. Nur eine Demonstration. Nur eine Demonstration. Nur eine Demonstration. Da waren wir, glaube ich. Haben wir da schon geschossen? Ach, guck mal. Das ist eine andere Waffe. Die können wir auch nochmal ausprobieren. Ein Luftgewehr. Können wir wieder ein bisschen Punkte. Geld, 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 Geld. Wir sind geil. Das ist aber eine fette Waffe. Wollt es ranzoomen, kann man damit nicht. Oh je. Alter, die Sensor-Tippie von der Maus ist so hoch. Ich muss sie mal runterstellen hier. So, die Daisy-Fitz, blablabla, soll ich nicht kaputt machen. Richtig? So, so. Oh, Gott. Das Aiming ist typisch Konsole. Erster Platz, jawoll. Ja, ich spiele das ja auf dem PC. Ist natürlich ein bisschen ekelhaft, wenn das Aiming von der Konsole, also merklich von der Konsole irgendwie portiert wurde. Das merkt man dann schon. Ist ein bisschen ungenau, ein bisschen ruckelig. Vielleicht sollte ich diese, 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 ähm, komische Mausbeschleunigung mal ausschalten. Vielleicht liegt das auch daran, denn die hier... So. So, das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Große Salzampulle nehmen. Die heißt tatsächlich Salzampulle. Ich dachte, das heißt Salt. Na ja, gut, aber wir haben... Mein Freund hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann nicht... Was ist das? Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Hm. Oh, ich liebe dich. Nur nicht deine Augen, die sehen ganz schön komisch aus. Oh, gosh. Fuck, bist du hässlich. Beherrschung. Sprecher, drück mal, Maschinen werden zu Alliierten. Tatsächlich. Das ist ja cool. Nur Maschinen. Drücke die rechte Maustaste während Beherrschung ausgerüstet, um eine Maschine zu einem Verbündeten zu machen. Das Ding, da? Ach, sieh an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich die Grußvorbie nicht erkannt? Guck, schön an den Gentleman, Ihre Frau Maschinen von unserem Jahr nach Begrüßen zu dürfen. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Was? Kopf. War klar. Hm. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Nein, guckt euch das mal an. Wie genial ist das denn? Da ist bestimmt gar keine Zahl drauf, oder? Guck mal, die blöde Münze. Ist keine Zahl drauf, ihr Betrüger. Das ist ja auch. This way, Columbia Rifle. Gut, wir sollen nach rechts gehen. Was macht denn der hier? Ja, du nervst. Lass mich da weg. Was haben wir denn hier? Fuck, Kaufsautomat. Da kann... Was bringt denn der uns? Was verkauft der uns? Gesundheitskit. Das brauchen wir nicht. Wir sind voller Gesundheit. Total vital und fühlen uns gut. Kann man das auch? Oh, geil. Danke. Fett. Voll nett von dir. Okay, äh... Das ist schon...